Hallo und willkommen zu einem schnellen Info-Video. Seit ein paar Tagen gibt es auf YouTube eine neue Video-Qualität und zwar nicht das langersehnte Original bei allen Videos, also über 1080p, nein. Es gibt was ganz Tolles, es gibt 144p. So schlecht wie noch nie. Das ist wahrscheinlich für mobile Nutzer, die auf dem Smartphone mit 3G oder Edge sich ein Video ansehen möchten. Ich persönlich würde auch da 144p nicht nutzen, aber das ist natürlich Ansichtssache. Würde ich sagen, war es das zu diesem kurzen Info-Video und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.